Sieben Sätze. ...dem sie sich jetzt wohl auch versuchen wird durchzusetzen... ...ischarischar an der... Der nächste schnelle Ballwechsel wieder an Liu Shi... ...ja, da möglicherweise tatsächlich Schwierigkeiten mit ihrer rechten Hand... ...drehen... ...drehen. ...drehen. Ja. Überraschend, die Seite gewechselt, überraschend, zu überraschend für Liu Xiuven. Da kommt sie schon kaum noch hin mit dem Schläger und jetzt macht sie die... Die passen ganz genau in den Säck. Ein wichtiger Anker, an dem man sich anhalten kann. Na gut, sehr offensiv, auch gleich wieder angenommen und dann wieder gut das Auge. Sie ist in einem Satzball für die Nummer 1 der Wind betreut. Ja, gelingt dir jetzt auch gut umzusetzen. Das ist bitter für die Nummer 1. Damit hat sie den ganzen Tisch aufgemacht, schlägt genau auf den Schläger von Liu Xiuven und die braucht dann nochmal rüberblocken. Blöck. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.